Sieht aus wie ein Bettgestell. Ja. Photonbett. Das ist der Knüppel. Ja. Aber eigentlich, wenn du dem so hohe Schuhe anziehst, dann ist sie doch so groß, oder? Jetzt sehen wir mal die Schrauben. Eins, zwei, drei. Ja, klar. Guck mal hier, die Treppe. Hau mal ab. Du kannst ja gut laufen. Ja. Oh, guck dir die Kette an, ey. Ja. Du kannst keine Solarnalabdach haben, die hier unten. Ja, krass, ne? Guck mal da. Ja, geil. Guck mal da. Wow, ja. Oh. Seid ihr jetzt ganz uncle? War geil. Ist geil, oder? Besonders bei dem Wetter noch Una. Ahaha! Haahha! Haha! AAAAAAAA! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ah, das hat sich gelohnt, das Warten. Ich hab Pipi in deinen Augen. Ja, aber geil. Das hat sich gelohnt. Immer besser, ne, als hinten? Das ist besser. Ja. Allein wenn es schön nie kommt.